hallo und herzlich willkommen zurück das war's mit dem versteckspiel verdammt, falsch geschossen, falsch geschossen das ist doch nicht wer feierst, das ist doch jemand anderes das war's mit dem versteckspiel jetzt bist du fällig, bitteschön du, nirgst oh 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 Ich kriege euch alle! Jetzt denkst du um die Schätze? Nee, nur ein Lager, gut! Oh! 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 presumme also ja stimmt das hatte ich euch das geht Panzer-Fresher oh ja 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 das gibt es doch nicht ich habe die falsche waffe gefehlt ach nee so oft wie ich noch gestorben bin also ehrlich kennt gerne in die kommentare schreiben wie oft ich mal gestorben bin suche ansagen spezielle pflanzen mit organischen pflichten ich ziege euch alle Habt ihr es gerade gesehen, wie da stande? Ey, schon wieder gestorben. Ey, das gibt es doch ehrlich nicht. Was ist denn das? Ach, nee. Das ist der Vorfieffekt, den auch viele, die selber Let's Plays machen, selber kennen. Das ist der Vorfieffekt. Na komm. Na komm raus. Na komm. Was ist das für ein Falking da oben? Geht auch? Ich hoffe, ich werde den Tumber gleich mal erhöhen. wir haben jetzt viele an munition was dass man alles erhöhen wird es geht was ist und die fähigkeit erhöhung mir hoch erst mal netter gewandt benutzen sie pfeile im nahkampf das ist geil das ist lustig na gut von mich ist es sind das genug tode gewesen wir sehen uns gleich beim endcard boah ehrlich ich will nicht wissen wie viel mal ich gestorben bin jetzt ich will das echt nicht wissen na gut wie gesagt ihr könnt gerne das projekt mit einem daumen nach oben unterstützen und eventuell ein abo da lassen bis dahin euch noch viel spaß und bis zum nächsten Mal bei Let's Play 2 Radar